Ja, halt die Augen. Jetzt kann ich endlich fallen. Brauchst du die erste? Ja. Okay. Komm gleich dazu. Auf die Void Sound. Auf die Aids. Go go. Void Sound. Wir passen. Jo. Immer gleich, Leute. Immer gleich mit dem Ausweich. Nie anders. Kommt immer zum Tank zurück. Holt euch mal den Speed Bluff, bevor der weg ist. Genau. Neuert den nochmal und dann aufs End. Auf den Boss. Guck, dass er keinen Slow-Buff bekommt. Von links dran vorbei. Dann wieder zurück. Und dann auf der anderen Seite vorbei. Genau. Neuerts kommen gleich. Ja. Rote Dinger drauf. Nicht in der Void Sound baden, bitte. Das sind auch die Ringe. Pass auf. Aufs blaue Aids drauf. Go. So. Bringt's. Oh, so viel Laufbarer. Ich schauke das hier direkt. Rote noch rausziehen. Genau. So. Kannst du die andere Fläche dann nehmen? Hast du schon, ja. Wenn ich gespottet hab, solltest du das machen. Jetzt. Ach, ich kann das machen. Ja, krass. Ja, krass. So. Keine Aids mehr machen. Nur noch Boss nuken und ausweichen, hm? Links dran vorbei. 4. 3. Jetzt kannst du schon rechts dran vorbei. 1. Die Wenden der Zeit. Spülen euch vor. Da kannst du eigentlich schon rechts stehen. Da seid ihr safe. Also fast rechts stehen, ne? Ja, genau. Und jetzt Boss nuken. Und der Boss nuken. Und der Boss nuken 2. Und der Boss nuken 2. Hier existiert nur in einem Augenblick. Ich habe keine solche Grenzen. Dann wieder raus da aus der Woidzone. Bei einer der beiden landet der Boss. Nee, dazwischen. Auf die Woid, auf der Set. Go, go. Auf der Set. Ich muss weg. Jo. Hast du nen Boss? Ja. Alles klar. Gut. Die Zeit kann recht flüchtig sein. Kugeln. Kugeln sammeln. Bitte jetzt. Vier Stück. Sammelt die ein. Ne, drei sinds. Sammelt die ein. Sammelt die ein. Ne, sind vier. Sind tatsächlich vier, ja. Gut. Horst auf. Jo, ich hopp. Die Wenden der Zeit. Spülen euch vor. Passt auf. Ich hab ein CD an. Ja, genau. Oh. Ich saug das Ding hier. Worte. Ich muss weg. Ja. Ad. Jo, alle aufs Ad drauf. Soka. Beams, ja. Guck, dass ihr nicht mit den Leuten steht, die einen Beam haben. Guck, dass ihr niemals einen Slow-Buff nach Möglichkeit bekommt. Ja, ich bin weg. So. Wildball laufen. So. Wieder zurück. Stop nochmal. Auf die andere Seite ran vorbei. Jetzt muss der rechts dran vorbei. Kugeln. Kugeln sammeln. Die Spotte. Ja. Hab die. Hab das Ad. Hab das Ad. Hab das Ad. Passt. Oh, da. Ja, gut. Kugeln landet. Passt. So, wo ist Ad. Das neue Ad ist da. Go. Alle aufs Blau Ad. Habs gekickt. Guck, dass ihr mitnichten Beam drinsteht. Ja, ich bin weg. Ja, ich bin weg. Ich hab grad grad das rote Ad noch mit. Ich nehm dir das ab. Passt. Killed das rote Ad. Ich saug. Ich saug. Ich saug ihn hier hinter dem Boss. Du vor dem Ad. Go. Ich versuch, hier grad zu saugen. Ja. Die Kugel saug. Ja, die Kugel nehm ich noch mit. Passt. Die Kugel nehm ich hier. Die vorne. Okay, ja. Ja, hab was gespottet. Wieder links dran vorbei und danach wieder rechts. Und rechts. Fotte. Neues Add. Direkt hier nebenan. Umhauen. Nicht ins Lover fallen. Und neues Add. Das rote. Ja, Nuked Boss. Nuked Boss. Add wird einfach getankt. Nuked den Scheiß auf die Kugeln. Phase wird getriggert. Ich muss raus. Passt schon. Geht weg. Okay. Doch geh raus. Ich glaub du gehst noch hoch. Bin mir grad nicht sicher. Ja, ich hab... Okay. So. Äh, Wade, du sagst das an mit den, mit den Debuffs, he? Wie viel Abstände? Aber du sagst noch fünf Sekunden. Fünf Sekunden, ja. Aufs... Ad. Blaue Ad. Aufs... Auf das blaue Ad, Leute. Und den Boss immer kicken nach Möglichkeit. Ich kicke die Liste vom Boss. Ich bin... So, da haben wir die ersten Leute. Geht rein. Holt euch's. Guck, dass ihr nicht gleich, wenn ich hoch geht. Also ich hab's jetzt noch nicht. Geht rechts, äh, links dran vorbei, links dran vorbei. Und danach rechts. 4, 3, 2, 1. So, Diplomata und, äh, Feena hat's. Feena holt ihr den Slow-Buff, bitte. Oder geh raus, eins von beiden. Geht slow, ist es nicht. Ihr geht beide gleichzeitig hoch. Bitte holt einer von euch einen anderen Buff. Please. So, dann kick den Boss. Okay, passt. Fünf Sekunden auseinander. Sehr schön. Ich hab ihn. Geh kickt. Kann einen Mini jetzt hier als nächstes im Boss-Buff, aber auch einen kickt. Oh, man macht das. Links vorbei. Und gleich wieder zurück. Und direkt wieder zurück dann und noch rechts vorbei. Nächsten kann ich wieder kicken. Rechts dran vorbei, Leute. Googeln. Fuck, ich bin tot. Wir sind gefangen, ne? Gut, sehr schön. Okay. Aufs blau, Ad. Go, go. Ich bin debuff aus der Gruppe, ja? Genau, debuff aus der Gruppe raus. Ähm, die Regulaska holen wir noch einen anderen Buff, bitte schnell. Okay, Heal-CD, Heal-CD, bitte tot immer am besten. Okay, passt. Google. Google. Google noch abfangen. Speed-Buff holen. Er ist links dran vorbei. Und dann rechts. So, Troll-Faner du holst hier Slow. Diplomater du holst hier Nix. Jackie Corona holt Speed. Und dann bitte ein... Slow-Ad ist da. So. Slow-Ad ist da. Ja, und das Slow-Ad weg. Und Kampf-Rausch, bitte. Bagheera B-Ressen. Und du machst für sie selber halt nur nochmal Kampf-Rausch, Bagheera. 1, 2, 1, jetzt. So, Troll-Faner du kannst jetzt auch Speed-Buff holen. So. Okay, haben wir jetzt gerade keinen, gerade, aber ja. Okay. So, einmal Speed-Buff noch. Kugeln, bloß nicht an den Kugeln schweifen. Kugeln. Jetzt bloß nicht an den Kugeln wipen. Ja, dann kick den Boss als nächstes. Ich ziehe den Boss ein bisschen nach links. Kommen den Kugel. Weg von der Kugel. Okay, passt. Speed-Ad umhauen. Wir brauchen eine Speed-Ad, deswegen haben wir Enrage. Zweite Ad, lass dir in Ruhe. Und jetzt alle den Boss nuken. Go. Schnell, schnell, schnell. DPS. Die Enrage gleich. Geg, gegene, meine Freunde. Jawoll. Tschüss. Das ist gut. Und woran lag? Und woran lag?